Die S-Bahn fährt auch nicht, weil am Rückhafen ist da die Putzmaschine auf Gleise gefallen. Ach toll, S-Bahn. Ich bin da gefahren, gerade mit dem S-Bahn gefahren, weil ich bin falsch umgestiegen, S-Bahn. Wenn ich nach den Kappen gefahren bin und dann sowas, so wenn es da plötzlich vor der Anpass, dann Putzmaschine, sowas habe ich noch nie gefahren. Das war immer was Neues, wenn ich hin. Wenn kein Oberleid im Schaden oder normale Notaxe, also sowas. Da war man vorne, da könnte man über den Führer, da wo der Fahrer das aussteigen nach 15 Minuten war, da geht noch. Und da bin ich wieder hier rumgefahren, sonst wäre das es nie gegangen, zurückfahren noch nicht. Und da bin ich wieder rumgefahren. 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 Applaus 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 Vielen Dank. 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 , 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 ,, , 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 ,, ,, , , ,, ,, ,, , ,, ,, , ,, , ,, ,, ,, , ,, , , ,, , ,, , 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